Willst du die schlechteste Einleitung hier auf YouTube machen? Also wie immer, ja? Hallo, ich bin die unfähigen Mann. Was war das jetzt? Du machst die Einleitung. Aha. Ja, komm auf, schau. Drei, zwei, eins. Moin moin Leute, willkommen zu TTT hier auf der Ölbohrinsel. Schleicht die Grains. Heute dabei Grains, Julie, Items, Kundran, Maro, Maxi, Nils, TauTau, Payne und der Alex. Hallo. 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 Ist das hier unten neu? Von der Welt auf die Scheiße. Hast du wenig Spawnpoints? Ne, ne, ich weiß nicht, ich fände auf der Brücke. Äh, Propkinder oder so. Propkinder. Ja, aber warum? Weil er dann irgendwann ein Problem geschmissen hat. TauTau schießt hier einfach rum. Ne, ich sieht noch. Propkill. 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 Er wollte am Anfang der Runde einschütteln. Ja, aber TauTau nicht. Das war ganz ehrlich, das war auch sein typischer Grants-Move mit einem Explosive-Fausch. Ich muss aber auch zu seiner Verteidigung. Vorsicht, da liegt ne Disco-Fisk. Ja, zu seiner Verteidigung muss ich sagen, er wollte, er hat's wirklich grossen. Nils leider nicht richtig. Au, Fisk hat auf Nils geschossen. Nils ist hier runtergeleckt. Nils hat ein Leck und auf einmal ist er da runtergekramt. Das war, Alter, ein Leck, das tut es. Ah, Alex. Ach du, Nils. Wir haben ganz viele Items im Shop, kein Icon mehr irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum das so. Maxi. Was? Badutz. Viele Items haben bei mir auch keine. Ei, Aua! Wieso schießt er auf mich? Ey, Grabberhook! Wir haben einen Traitor unter uns. Ich rede überhaupt nicht, ob Items ist. Oder einen musischen Detektiv. Passball! Als ob man einen Detektiv hat, einen Grabberhook. Alex ist Detektiv. Wenn der Detektiv gar nicht findet. Okay, ich revitiere meine Aussage. Genau. Ich hab halt keine Eigens. Gar keine gerade irgendwie. Aua, Aua! Aua! Alex, hast du den Grabberhook gekauft? Hast du das, Dalu? Die Opfer Note? Sag einfach... Oh, da kam fast... Nee, echt? Nee, ich hör den nennen, Alex. Disco of Dalu. Hui! Das ist bestimmt keine Disco. Lauf! Schnell weg! Lauf! Also, was ist das gehalten? Ja... Keine Ahnung. Sind es fast? Sind es fast? Ja, ja, bin ich ja. Und Dalu, pass! Haben wir noch was hin? Ich wäre scheiße. Was fast? Das fast! Das fast! Das fast! Das fast! Das fast gehört! Ja! Warte! Wo war dir jetzt eigentlich runtergefallen? Weiß du nicht. Machst du denn so, wie ich da ganz von der Plattform gefallen? Was? Runde runter auf diese mittlere Plattform. Ach so, okay. Das ist auch noch nicht. Dann ist das seine Leiche. Ich zählte dich! Ich seh da nur so... Komm! Es ist weg! Items war jetzt sehr lange in der Kamer. Wir hatten es wieder ein neues Fass! Was? Wo ist ein Fass? Erkette nicht den neuen Film. Items und die Kamer des Schreckens. Was? Ich seh das? Ich hab ihn noch verdächt. Soll ich's anschießen? Ich hab ihn noch verdächt. Ich lebe noch. Das explosive Fass. Da kommt aber ein Fuß von mir vorbeigeflogen. Ich hab da oben halt gekocht. Wer ist jetzt hier geschossen? Ich hab ein explosives Fass da hinten hingeworfen. Ja und drauf geschossen. Ja! Da war ne Taube! Da war ne Taube! Da kam die Taube! Da kam die Taube! Der ist böse! Der ist böse! Der ist böse! Der ist böse! Da hinten ist er! Er rennt die Treppe runter fest! Da ist Dete grad gestört! Confirmed oder was? Ja! Er hat doch grad einem gekillt mit der Taube! Der Dete ist gut! Er Paine schießt! Paine ist es! Hast du ihn? Der geht über hoch. Der geht hoch. Der geht hoch. Der hat nur seine second chance wieder bekommen. Dann runter! Runter zu spawnen! Wieso hast du nicht geholfen, Tata? Weil er ist aufgekommen. Nein, Tata ist Traitor! Ja, guck dran! Das ist auch, Leute! Nein, Tata ist Jakal! Da steht es wieder! Guck dran, hab ich! Der hat noch ne Grenade gepoppt, ey! Habt ihr gehört? Tata ist Jakal! Aha! Ne, wie du glaubst! Ja, Leute! Gämmt euch! Tata, du könntest mich jetzt easy töten! Aber Fisk sieht alles! Ich sehe alles! Sousa Grants! Warum sollten die das machen? Erklär mir den Grund, warum ihr aus Interesse hören solltet! Weil du einfach mal jemanden töten willst! Jaaa! Oder weil ich ne Disco nach dir gebrauchen hab! Jaaa! Dann wirf ich dir auch mal Plasmarot bei dir! Pain, Pain ist übrigens, äh, unten in dieser komischen Lagerhalle! Seht den raus! Welcher Lagerhalle? Jaaa! Auf Erdgeschoss! Achso! Achso! Ah da bist du! Entschuldige! 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 Ah, er hat ein explosives Fass, so gut. So, genau. Wo warst du jetzt mit dem Camp, Maxi? Maxi war in dem Turm drin die ganze Zeit. Ja, Maxi. Ich bin ja einmal rausgegangen aus dem Turm und da war Max nicht mehr drin. Da war Max immer die ganze Runde da oben drin. Ja, ich war die ganze Runde da oben drin. Wenn es leckt, ist der Grappling hoch. Achso, du hattest den Grappling hoch. Bist dann oben auf der Plattform geblieben, hast die Waffe gewechselt, ein bisschen Schritt rückwärts gelaufen und dann bist du natürlich runtergefallen. Das war ein großer Leck bei mir. Die Stimmen gehört. Der Leck von Nils war der Best. Nochmal. Leute, ich habe ein Geschenk für euch. So viele Lecks bei mir waren Nils. Was kommt jetzt? Ja, einen schönen Barrel. Ich wollte hier Brings diesmal nicht kennen. Achtung, Granate! Das war ein explosives Fass. Alter, wow! Alter, wer hat mir das Kost hier reingeschickt? Alter! Du warst knapp, ey! Du warst unhöflich, ey! Wir haben die Lage gesichert. So gut, sind wir weg. Bin ich zufrieden. Auf wen hast du gerade geschossen? Sehr stark. Auf die Fesse. Oh, was ist das? Wer wird hier? Oh, ich bin runter. Ich habe noch 69. Okay. Haha, das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm. Das ist voll schlimm. Werden alle Fässer gesprengt? Oha! Natürlich. Der Feuerwehr hat doch mich geschmissen. Das war zwei. Heute Random Disco in die Menge. Das war Action. Okay. Kilometer weit über die Triebe geschossen, Payne. Oh Mann! Werf hier Discos runter. Nils ist Trader! Du hast nichts gesehen, Mann. Nils ist Trader! Nils ist Trader! Nils ist Trader! Nils ist Trader! Was? Payne ist wiederkommen! Payne ist wiedergekommen! Danke! Oben steht noch Fisk. Nils war der andere. Die ist auch down, okay. Nils ist auch down. Nils ist auch down. Maro hat gerade irgendwo vor mir. Ich kam ja vorm Turm. Ich bin da vor mir vorbeigelaufen. Da unten liegt noch ne Leiche. Ich komme mich gesetzt hin. Ich bin jetzt neuer Detektiv. Ich hab den DNA aufgehoben. Ich bin der immer noch am führten Detektiv. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch einen legitimen Detektiv. Dagegen. Nimm mal eben die Leiche da unten. Was? Holy Death! LoL! Tschüss Items! Items drauf! Aber Items war anscheinend Trader. Wer hat mich grad gebeamt? Ich hab dich abgestellt, Juli. Du bleibst jetzt da oben. Items war aufgestellt. Oh mein Gott! Ich hab die Lettringer und den Baseballschläger von Items aufgestellt. Juli macht das Beste aus deiner Position. Der schießt euch einfach an. Das kann das für mich auch sein. Das kann nicht besser werden. Hier liegt auch noch irgendwas auf der Treppe in irgendeinem Item. Ja, ich will die Leiche identifizieren gehen. Liegt eine Leiche oder was? Ja, hier liegt eine Leiche. Ich glaub, Items sind in den Himmel aufgestiegen. Es ist der letzte ist ein Jackal. Könnte sein, dass ich Grenz gekillt habe. Ne, er wurde gesniped. Der wurde gesniped. Der wurde gesniped. Achtung! Alle nicht bewegen! Ja, er... Fiss war's! Fiss war's! Jolf! Was? Fiss! Handgesagt! Nicht böse! Und alle in das ist hier gerieben! Ich hab dann richtig aufgestellen! Ich hab dann richtig aufgestellen! Ich hab bis zum Ende geredet! Und dann erst gebort! Ich wollte gleichzeitig diese scheiß Taube werfen! Ja, hab ich gesehen! Da hab ich aber auch mit der Taube werfen und dann... Oh Scheiße! Gott! Nils, wen hast du da fies vor'm Dach geballert? Mich! Hab ich gesehen! Ich hab schon Angst, dass ich Grant mit meiner Disco gekillt hab! Jedes Mal fliegt dann in diesem Typ rum! Wer soll denn alles? Ein Crane! Tut mir leid, Fiss! Ich wollte dich auch nur da hinstellen! Alter, aber ich bin da auch ein Singled-Basch von Traitor! Hey, das ist keine Tür! Das ist doch random oder nicht? Der Teleport? Ja! Aber deswegen hab ich ja an alle gesagt, nicht bewegen! Achso! Ne, ich dachte, du hast dich tatsächlich gesteuert! Ne, ne! Das ist Dinge! Es explodiert grad einfach alles auf einmal! McFly stimmt gleich! McFly stimmt gleich! Hallo! Gleich ist er tot! Gleich ist er tot! Wollten wir uns zwischen die Waffe gelaufen! 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 Ich hab vergessen, Toten zu setzen! Wow! Das war knapp, Daudau! Was? Ich pfleg hier grad so! Oh, sorry, tschuldig! Kein Problem! Was ist denn mit dem Max? Der ist auch ein Strip der gerade? Achso! Fuss! Alters hat ihn gekillt! Alters hat ihn geschlagen, oder? Ja, aber er hat einen Traitor getötet, dann ist das safe! Oder Chakaal! Ja, oder? Er wollte die Credits! Ja! Ja, sind hier noch Credits drin? Hier ist doch eben ein Detail lang geflogen! Hier! Julie! Julie! Aha! Ja! Hier! Noch Credits drin? Alle Items hinterher rennen! Nein! Items! Ich schwöre! Waren da noch Credits drin, Julie? Nein, nix! Ich bin unschuldig! Items vote dann! Dalu Items! Es ist wirklich einer von euch! Was? Es ist Items dann! Items hat die Leiche noch confirmed, nicht ich! Einen Stopp! Einen Stopp! Der nächste kriegt den Beschwerdenbrief verpasst! Nix! Hab dich! Sorry Items, Demokratie! Items ist dran! Nix! Items get voted! Ganz! Einfach so! Einfach so! Und was war das? Ja, dann ist es Dalu! Ich kann einfach mal den D-Tipp, als er wiederbelebt werden kann! Das ist Dalu! Ich war doch gar nicht an der Leiche dran! Was hat Darius damit zu tun? Ja eben! Weil keine Credits mehr in McFly drin waren, nur... Ja, aber ich war doch nicht an der Leiche dran! Wer stand denn da noch mit? Ich hab von außen geguckt, ich hab die Seekräfte, die Sniper! Tautau hat einen Kill! Tautau hat einen Kill! Ja, einen unter uns hier! Wenn es nicht Tautau ist, wird der Dalu! Ich bin Seele! Der hat sogar gesagt! Ja, sorry! Ja, sorry! Kann nur bitte einen Tautau konfirmen! Ey, was liegt der hier so? Ah, mein Junge! Dalu, Dalu! Dalu, Dalu zum Töten! Dalu ist es! Oben aufm Dach! Müsst du nicht mal Detektiv trainen! Ja, aber es ist... Hallo! Maru, geh raus! Wer hat sich das an der Leiche des Killen lassen? Die ist doch zu! Warum kannst du da da rein? Weil ich keinen Stühler stehen hab bei mir! Ich kann auch durchschießen, glaub ich, wenn ich probier's mal! Nein! Luli, ist er noch da? Nein, er ist... Nee, nur noch Grenz da! Vorsicht, da ist... Alter, wir hatten die Disco-Name geworden! Ich dachte, ich muss... Jetzt geht zu! Hier ist kein'n da, aber... Warte, guck mal! Ey, Maru, ist das! Das kann ich treffen, ey! Er hat sich natürlich wieder aufgemacht, jetzt! Tunis so! Du verarschst mich! Ich hatte echt keine Tür! Was ist denn? Ey, Fisch kann auf mich geschossen! Du hast auf mich geschossen! Ich hab zu früh geschossen! Hast du Schaden bekommen? Nein! Na siehst du, dann hab ich geschossen! Ey, ich hau aufs Ritz! Das war Reflex! Tut mir leid! Sag mal, ich tut's dir leid! Maxi Ragequid! 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 Ich krieg keine Ruhe in meiner Familie! Der nervt mich die ganze Zeit! Schönen Abend noch! Ciao! Schönen Abend McFly! Nein! Es muss Maru sein! Er hat grad auf mich geschossen! Warum? Ich hatte auch irgendwie die Tür durchgeschossen! Ja, 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 ja! Oh, hier wurde grad jemand gesprengt! Nein! Ich hab unten drauf geschossen! Das so! Nils! Er zieht jetzt mal rein! Ich mein, fertig! Nie im Leben, Maru! Den machst du fertig! Ich! Ja, er hat einen Bumerang gedroppt! Er hat einen Bumerang gedroppt! Guck ich's dir an! Wer? Maru! Ja, hier! Zack! Willst du den Bumerang haben? Ne! Näh! Ja, dann haben wir noch... Näh! Dann Kundran oder Fisk! Einer von beiden! Nein, alle drei... Er kann auch noch Schakal sein, oder? Also Nils glaub ich nicht, dass er Trader ist! Ich bin's doch, ne? Also Payne... Payne, hast du jetzt Maru gekillt! Neben dir, Fisk! Was denn? Nehmen wir jetzt Nils! Nils! Was hast du da für ne Waffe in der Hand? Was hast du für ne Waffe in der Hand? Mailrot! Äh... Nils ist es nicht! Und Kundran ist da oben auf der obersten Etage! Ja, Fisk oder Kundran! Einer von beiden muss es sein! Ja, aus deiner Sicht! Ist das Konfirm, oder schießen sie mich auf Kundran? Keine Ahnung! Payne, Konfirm ist hier gar nichts, oder, Juli? Nee! Das ist klar war! Auf dich höre ich nicht! Du bist zwar meiner Meinung nach Eno, aber... Es geht ja erstmal darum, eine Trader zu... Zeig mir deine Primärwaffe! Jeder! Change Gun! Na gut, du hättest vielleicht schon versucht, mich wegzuballern! Andererseits weißt du auch, dass du dir die ganze Zeit zuguckt! Ja, ich seh alles! Kann auch... Ich kann auch zu den... Drunten... Ach... Payne lebt doch noch irgendwie! Ja! Aber Payne hat grad einen Trader gekillt! Der kann nur noch Schakal sein, wenn... Ach so! Payne hat überhaupt nichts! Ach Gott! Payne dachte ich, der schlippt gar nicht mehr! Ich dachte, wir sind alle... Kommt hier so ein scheiß Mimik raus, ey! Was ist jetzt mit, äh... Nils oder... Äh... Fisk, Nils oder Kundran? Ich bin's nicht, deswegen sind's aus meiner Sicht Fisk oder Kundran! Das ist natürlich das, was ich sage! Töten einfach einen und dann wissen wir was! Ach Trance! Du obachtest du Kundran! Fisk, wenn ich dich jetzt kille, dann weiß ich, dass es Kundran ist! Das ist aber scheiße! Der sterb ich ja! Ich mach deinen Falcon! Wo ist denn der Kundran? Abbremsen! Aber es ist halt auch so ein Kundran-Ding einfach auch gar nichts! Fisk hätte doch bestimmt schon... Ah! Weiß das nicht! Ich... Ich versteh mich nur! Ich versteh mich! Ey, ich seh dich auch! Ey, Fisk, Kundran hat auf mich geschossen! Nein! Kundran ist bestimmt ganz oben in der oberste Farbrede hier drin sind! Soll ich einfach Kundran warten? Nein! Er versteckt sich halt! Keine Ahnung! Lass es doch! Ist doch what? Pain hat sich geheilt! Stimmt! Pain ist! Pain ist! Ja! 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 Da ist doch noch ein Traitor danach! Ja! Muss ja Fisk oder Kundran dann nur noch sein! Ach schon! Okay! Dann Kundran! Aha! Aber er kann... Warte! Kann er auch Traitor sein? Wär ich? Ja! Ja! Natürlich! Vielleicht! Okay! Bevor ich jetzt nämlich Fisk erschieße! Und der es dann nicht ist! Nein! Ich bin Jackal! Oh Quatsch! Soll ich euch jetzt ne Disco zuwerfen? Dass hier was passiert! Fisk hätte was gemacht! Ne ne! Fisk hätte was gemacht! Kann nur... Was ist denn Pain? Komm doch doch mal raus! Ich hab dich sogar getroffen! Guck mal! Jetzt hat Fisk hätte was gemacht! Au! Hat mich das fast grad berührt oder? Ich schieße es aber an! Oder Fisk hast du mich grad getroffen? Nein! Ich hab nix getroffen! Ich hab unten ein Mimic getroffen! Jetzt ist er tot! Ja hier sind Mimics! Das ist schon richtig! Dürfen bist du getroffen worden sein! Wie mach ich das? Das ist doch einfach mal tot! Es tut mir leid, dass die Runde lang dauert! Ich bin nicht straighter! Wo schiehst du hin? Also bevor ich... 1 unter... NETAASCH drunter! Bist du in dem Raum! Die props wollen nicht töten, weil ich nur nach einem herfälle... Es wird auch egal! Komm mal raus! Geht weg! Mann! Komm Jolie, wir töten ihn jetzt! jetzt wurde echt einmal ist er tot und wieder ja weil max ja okay das tut mir persönlich sehr leid und pain hatte sich ja schon wieder als jakar geoutet ja hab ich ja auch schon viel früher bevor du mario erschossen hast ich hatte das mit mcfly total vergessen wo er nicht so war ich muss sagen dass er ein traitor war ja doch ich wusste dass er ein traitor war aber es ging so langsam wie er sich vergessen habe dass es die runde war und sei nicht von der welt ausgeschaltet als er mich nicht gekillt hat oder ich gerade ja ja das erste war gestorben war es war es ein mimik oder war es ein schuss äh warte ich gucke kurz da kam gerade ein mimik aus dem boden zu gestürmen durch welt ausgeschaltet ah schade es steht also nicht das ist mein kill also maxi war der traitor maxi war der dritte traitor ja das ist ärgerlich der ist direkt am anfang gestorben wurde auch confirmed jeder wusste es ja eigentlich ja ja wie gesagt pain hat das schon wieder so lange gelebt das tut mir jetzt echt wieder leid ne ach mann wenn du jetzt was anderes gewesen wärst hätt ich ein free kill gehabt was wurde jetzt durchgewechselt nein die waffen sind kathol wegschmeißen die waffen weil ich gesehen hab was du gekauft hast wenn du jetzt kein dd gewesen wärst es tut mir echt leid weil ich hätte mir gesagt dass wir alle brächer trüsten dann hätt ich was gemacht dann hätt ich mich auch freiwillig umgebracht tut mir leid weil ich mit der dicken hier nicht gebraucht habe aber dann wie habe ich mich verraten so wie du gegen maro gespielt hast du warst du wusstest halt dass du ihn töten kannst weil du ja eh ihn töten wolltest du wolltest ihn halt kill und das hättest du nicht als inno gemacht oh nix ja er hat mich halt trotzdem angeschossen ich hab dich zum test einmal geschossen ob ich da durch Schaden waren kann ob ich da durch Schaden waren kann ich hab hier noch mal ja ich möchte hier hoch das war aber ein Traitor-Move von dir mehr Schaden zu machen ach ich fang die ne ich hätte auch zugeschaut ich hätte auch zugeschaut ich fang die ne ganz schön schwer ganz schön schwer Alex ist es ne das ist ne Surf-Map eigentlich hier hab Angst Disco die wurde angeschossen von oben ähm Julie und daneben ist was das war jetzt meine das war jetzt meine da du eskalier auf jeden Fall bei den beiden da oben Julie schon Julie ist wieder überlebt worden du siehst es Fisk oben ich hab sie wieder gekillt und Items muss es auch sein nein ich schiebs damit egal Julie ist Trader er war's ja ich hab drei Trader gecillt Dalu ist tatsächlich Dalu ist so gut Dalu ist sowas von Jakal jawohl kann ja sein hey ich denke jemand hat hier grad getrunken oh mein Gott Nils umschlägt das nicht ey Mann ich will auch ein Item Maru er lebt wieder ich werd angeschossen unter uns unter uns sorry der ist sorry ich hab zwei Trader gecillt der Jakal war tot der hat auf mich geschossen gerade der Jakal lebt übrigens auch wieder ganz unten Nils lebt wieder das haben wir doch gesagt Grants oder Nils Ach Nils Nils ist doch Jakal das wusste ich überhaupt nicht keine Money mehr Latt uns schneller da hab ihn ich glaub ich hab ihn und warst du da getötet von mir achso warte Maru kann ich ne Waffe haben ne mit deiner glaub ich oooohh Täubchen und wer war da der andere weil das heißt ja nix scheiße Nils zu töten heißt ja gar nix gut war da Grenz sonst aber der ist halt hat halt Nils gekillt jeder ne aber Nils töten heißt halt nix Nils töten hast du nicht nein es war doch nur noch einer in dem Haus und der Trader hat geschossen es kann doch nur Grenz sein warum ich war ganz unten ich hab doch Nils gekillt grad als Tochter war veritems das war items aber Moment Nils hat leider ne 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 als Tochter auf mich geschossen hatte da war unten hat ein Traitor auf irgendwie genau Grenz ist grad davon geflogen also Grenz ist es und alle anderen waren nämlich schon weg Grenz ist grad davon geflogen Grenz ist grad davon geflogen hinter das Gebäude das Riesengebäude da ist er grad rum rum geflogen Grenz Grenz wir sind alle gestorben wir sind doch ein Mann wir würden es so wissen letzter Vote hinter dem Vote ich hab keine Votes mehr danke kaum noch irgendwas Gutes schnell wir haben halt keine Creds und alles letzte Runde ach please ja ja fuck Juli du darfst doch nicht auf mich schießen wegen items ja ich weiß aber mal ganz kurz ich war halt wirklich Train-up gehabt die scheiß Sniper nicht gefunden sonst hätte ich das Ballern eröffnet das heißt doch ich aber beide nicht besser nachstehen ne ich hab mir praktisch noch Train-up gehabt ich musste also ich hab beide nebeneinander steht und ich hab vier Trailer hier unten zufass alles zufass richtig zufällig weißt du das ist wieder so ein Rundenanfangsding oder da schießen wir beide drauf und sind glücklich nein nein ich töte mich wenn wir jetzt ok und ich werde Trailer und ich erschien euch ihr seid nicht lange Alter Alex ist Trailer Alex ist Trailer nein ich hab Grenz getötet what the fuck warum ich hab Grenz getötet items ist es items ich dachte nein davor uns waren drei Fässer ich hab nie dass es so sieben Fässer sind aber der arme Grenz kassiert heute richtig leider ja 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 nein das gefällt dir gar nicht Nils ne 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 das gefällt dir gar nicht Nils Nils spielt jetzt mit als wäre er noch am Leben komm Grenz bitte töte mich nicht ich glaub du bist Traitor Nils zeig mir dein Skelett zeig mir dein Skelett ich bin safe doch gar nicht Nils auch Vorsicht da kommt was runter oh Gott ich kann die Nils wieder tot was tut ihr was soll ich das was soll ich das was ist denn jetzt los ne Taule ist schon Dankeschön oh was ist das für ne Runde gewesen wir haben beide geschafft und jetzt beide sind Taule ich ich was was ich bin Ashinigami ich bin Ashinigami neu gespawnt genau vor Juli Niiiin Passt ja Niiiin es war eine Runde mit zwei Skeletten nice Toi 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 okay jedenfalls letzte Runde ja Alex gut hast du nicht geschehen meine Güte Was für ein random Marte ey zwei Traitor entklappt ja und dann tötet der eine Traitor den Shinigami und der spawnt am dritten oh oh herrschöne das ist Karma auf jeden Fall gut Karma 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 der Erste der hochkommt ich bin wieder gettickt es sind die gleichen Rollen diesmal wieder da kommt einer irgendwer ist gestorben oder aber ich kann die trotzdem runter boxen da kommt eine Granate Leute lauft Granate Nein ich bin griesen ich steck erstmal einen Bordanschlag nein Timbs du hast die Tasse gerade rumge wo ist die denn jetzt hin Fisk hast du hier gerade die Disco hochgeworfen Hallo willst du da hoch ich kann dich boosten hier Fisk hast du die Disco hier hochgeworfen ja ich helf dir rund rum nein weil ich Spass macht ne so bei dir hast du ein Problem mit mir willst du mich etwa runterschmeißen also guck dir die nächstes mal an das ist nicht so fach von deinem Rektor ich bin doch fest ey Items du musst dir die Disco genau angucken ich fang ihn 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 ja was ist da du erwisch damit was ich hab Pisco Alex ist da oben da ist Payne da ist Maru wo du bleiben hat Mainz gerade den Toten zerstört ne ich glaube nicht da war überhaupt keins bist du fisch hallo hast du aber ganz lang in der Ecke da oben gehangen bringe die ganze Zeit rum wow warum bist du eigentlich so langsam nice weil ich laufe eh Carlo ist gerade runter gesprungen hat sie erstmal die Füße gebrochen wie geht der denn noch ich kann doch immer noch ich hoffe es ist Coon dran übrigens ok ich werde jetzt die falsche Waffen wechseln bist du tot warte warte hab ich eine Pistole ich habe eine Pistole hör doch mal bist du neuner hast du holy shit schau mir nicht so ha schau mir nicht so ha schau mir nicht so ha 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 komm nein äh äh nils ah äh warte warte halt einfach aufzuschießen und verpiste nicht ha 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 tautor geschossen dann bist du um und rauspupf ja ja ha du bist du bist also dschuli ist verdächtlich tue tu weleih ha ha nils rennt doch rum ich weiß gar nicht wer den getötet werden Der hat den jetzt... Nee, jetzt hat Tauter getötet gerade. Mein Bärtschuliker... Alter, gut an, gut an, gut an! Ich hab ihn! Oh, Fisk! Mann! Lieber mit Schuliker! Ihr Weife wart später, ey! Ihr Schlinge, ey! Ich schlirpsfies, gell! Wie unluckiert! Was wollen wir jetzt in der Session, bitte? Schau mal dann vorbei, bis dann, macht's gut! Ciao! Press Start